Die Firma WMS Engineering, der Erfinder der flexiblen Entgratung, existiert seit 25 Jahren. Entgraten ist das Entfernen von lästigen Überständen an Bauteilen. Es gibt verschiedene Entgratverfahren. Die Firma WMS hat sich auf das mechanische Entgraten spezialisiert. Jeder Kunde hat individuelle Anforderungen an seinen Bauteil, an seinen Prozess. Und hier, genau in diesem Prozess, sind wir die Spezialisten. Über die letzten 25 Jahre hat sich eine Art Baukastensystem entwickelt. Hier können wir aus standardisierten Basiszellen neue Maschinen gemäß den Kundenanforderungen entwickeln. Im Kick-Off-Meeting wird das Projekt vom Vertrieb an die Technik übergeben. Es sind alle beteiligten Abteilungen am Tisch. Das heißt Konstruktion, Elektrik, Software, Projektmanagement. Zusammen wird geschaut, was ist bekannt, was sind die besonderen Schwierigkeiten, Highlights an diesem Projekt. Auf diese Dinge wird dann auch der Fokus gelegt und die Aufgaben entsprechend verteilt. Der eine entwickelt den Werkstückgreifer, der andere die Zelle, der nächste die Schnittstelle zu z.B. Bändern oder Beladeeinrichtungen. Prozessermittlungen geschehen auf unserer eigens dafür eingerichteten Versuchszelle. Wir verwenden Rapid Prototyping nicht nur, um schnell und einfach Greifer und Vorrichtungen für unsere Versuchsanlage herzustellen, sondern wir verwenden diese Bauteile auch an unseren Maschinen. Bei WMS läuft immer alles reibungslos. Hey Chef, wir haben ein Problem. Können Sie mal bitte kommen? Nachdem das Maschinenkonzept fertiggestellt ist, geht es in die Detaillierung der Maschine. Das heißt, jedes Einzelteil unserer Ingradzelle muss hergestellt werden. Gerade im Sondermaschinenbau ist es wichtig, selbst schnell Komponenten herstellen und testen zu können. Selbstverständlich nutzen wir auch die verlängerte Werkbank und können hier auf ein großes Netzwerk an zuverlässigen, langjährigen Lieferanten zurückgreifen. Nachdem die Bauteile gefertigt bzw. die Zughafteile eingegangen sind, müssen die Maschinen an sich bzw. auch die einzelnen Baugruppen montiert und getestet werden. Neben der Mechanik ist natürlich die Elektrik und die Steuerung einer Zelle ein entscheidender Punkt. Wir arbeiten mit Kreativität und Engagement an unseren Kundenprojekten. Pausen gibt es wirklich nur, wenn wir neue Energie brauchen. Vom Offline-Programmieren zum Teach-In. Unsere Prozessspezialisten geben dem Programm den letzten Schliff. Hat die Maschine den internen Abnahmeprozess bestanden, wird der Kunde zur gemeinsamen Vorabnahme eingeladen. Unsere Systeme sind weltweit im Einsatz. Von uns entgradete Bauteile finden Sie nicht nur in Flugzeugen, Schiffen oder Ihrem Badezimmer, sondern auch in Ihrem Auto oder in Ihrem Motorrad. WMS Engineering – Wir machen Systeme.